mein kopf einer wort die linke an nikola tesla gut der sound hält der geht voll ab es ruckelt locker flogge willkommen ihr Freunde zu einem neunten game heute spielen wir ultimate epic battle simulator 2 wo ich so zeige ich 4 ich meine 2 wir gehen direkt rein hier und zwar spielen wir sandbox also irgendwie ich weiß selber nicht genau was man da so machen kann aber irgendwie es sieht interessant aus man kann jetzt hier armeen gegeneinander antreten lassen ich mache jetzt mal 100 gegen 100 holt alter okay man kann jetzt heroes hier ja guck mal erstmal nur so ein test ich will gucken was jetzt hier gleich so abgeht die mucke schallert aber rein dann schauen wir mal was jetzt hier so abgeht okay hier sind sie was ist das was das denn oh mein gott mir fällt der typ nicht ein ich weiß wer das ist aber mir fällt gerade der name nicht ein sorry wo sind die anderen wir machen einfach mal start und gucken mal was passiert was was ich habe gerade gestalt die sind schon alle tot schön okay dann machen wir mal ja hallo ich will raus so wir machen jetzt mal noch mal hier action man machen soll dir 500 mal sehen was jetzt hier abgeht jetzt bin ich mal gespannt dir also irgendwie mehr du kannst ja nicht steuern du kannst hier nur irgendwelche arenen oder battles machen oh gott ja geil so dann bin ich jetzt mal gespannt wie das hier abgeht jungs sie guckt alle in die falsche richtung ja slow motion und machen wir sind im mode rein und jetzt kommen wir mal was ja so abgeht die kommen jetzt angestürmt ok alter what the fuck die sterben da wie am laufenden mann irgendwie haben ja gar keine chance wenn ich jetzt die slowmo raus mach das sind ja sie sind ja helden so warte mal wir machen jetzt mal zombies oh gott es ist aber irgendwie geil jetzt muss sagen also das spiel ist irgendwie witzig ich kann jetzt nicht vorstellen dass ich jeden tag spiele aber trotzdem ist es echt witzig so alter digger what the fuck so jetzt kommen wir mal die zombies an ok alles klar und ich würde sagen wir starten jetzt mal ein battle und gucken mal was hier abgeht warte mal warte mal wie schnell sind die so mal sehen was jetzt hier jack knoß drauf hat und die drehen sich und nein sind jetzt bin ich mal gespannt ich glaube der macht die übel jetzt fertig ja was ist das für ein game was ist das also ich schwörste damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet gut das war jetzt auch irgendwie klar mit dem gürtel und so aber digger ich glaube wir machen jetzt mal richtig so ein bisschen mal schocken wir auf wir machen hier erstmal noch zwei teams rein und dann machen wir fantasy troll ok wir machen jetzt mal keine helden ok wir machen davon 500 davon 500 und davon 500 german soldier ok kann man die map ändern kann man auch starten mal rein jetzt bin ich mal gespannt geil also es ist schon witzig und wir schauen direkt ein ja wenn es geladen hat alter digger was ist das ja hä ich dachte alle gegen alle Wir machen das nochmal. Digga, was ist da los, Alter? Was ist das für ein Game? Ach so, ich habe hier in Teams gemacht, ich depp. So, jetzt machen wir das nochmal. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt abgeht. Jetzt laufen die auch anders. Wie die wegfliegen. Alter, die Trolls sind irgendwie stark. Oh, oh. Ich glaube, die Trolls, die gewinnen. Weil die sind schon stark, Alter. Guck dir das mal an. Was geht hier ab? Guck mal, die Trolls, Alter, die gehen hier voll ab. Da ist nicht mal einer von denen gestorben. Hä, what the fuck? Da legen sie alle tot. Alter, guck dir das mal an. So, ich würde sagen, bevor die Folge jetzt gleich vorbei ist, machen wir jetzt mal richtige Action. Team 1, Team 1, Team 1. So, liebe Freunde, jetzt geht's los. Ich hoffe, das Spiel schutzt nicht ab, weil ich glaube, jetzt wird es richtig heftig. Ich habe richtig krasses Zeug reingeballert. Eine Stunde später. Oh Gott, wie lange das schon lädt? Das wird gerade, ich glaube, das wird gleich richtig eskalieren. Ich habe richtig krasse Scheiße reingemacht. Oh Mann, ey, was ist das? Ich trinke nochmal einen Schluck, bevor es jetzt hier gleich richtig abgeht. Alter, what the fuck? Also, das sind Zombies. Das sind hier Spartania, Alter. Dann habe ich hier, das sind immer so Teams aufgeteilt. Hier sind Trolls, ohne Ende. mit den Bogenschützen. Und das ist Nikola Tesla. Ist irgendwie ein Held. So, und dann habe ich hier keine Ahnung, solche Ritter. Digga, was ist hier los? Wir starten einfach. Ich kann es nicht mehr... Ich kann es nicht mehr... What the fuck? Alter, was ist hier los? Alter, es ruckelt. Ein Nikola Tesla geht ab. Junge. Mein Kopf. Alter, what the fuck? Hier legen sie. Ein Nikola Tesla, gut, der ist auch ein Held. Der geht voll ab. Junge, es ruckelt. Ah, ich kann hier auch irgendwie. Alter, what the fuck? Ich kann hier, ich kann hier auch schießen, sehe ich gerade. Alter, what the fuck? Yo, was ist das mit Game? Machen wir auch schon Wasser hin? Yo, was ist das? Junge, wie viele das sind. Ich kann nicht mehr. Ich, 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 ich kann nicht mehr. Es ist, wir machen jetzt mal drei Helden rein und dann war es das auch. Ich will nur gucken, was hier noch abgeht. Eins, zwei, drei. Und ab geht die Party. Wir machen hier noch Wüste oder so. Und jetzt geht's, ich gucke jetzt noch, was hier abgeht. Freunde, irgendwie wird das hier nichts. Ich glaube, mein Spiel schluss gleich ab. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr mehr so sehen wollt oder Vorschläge habt, was ich machen könnte, schreibt es rein und dann mache ich noch eine Folge. Ähm, ja. Was ist das für ein krankes Game? Haut rein. Ciao, ciao.